Die Leistungsdichte in der zweiten Liga ist sehr, sehr eng und Ingolstadt ist noch ein sehr junger Verein auch. Das war jetzt die dritte Zweitligasaison, die erste endete in Abstieg. Die letzten beiden waren im Prinzip die Hinrunde ein Desaster und die Rückrunde richtig gut und wir möchten ganz gern versuchen, an diese Rückrunde anzuschließen und wirklich mal zu konsolidieren und uns zu befestigen in dieser zweiten Liga.